Tobi! Ja, warte. So, schönen guten Tag. Ihr seid die Schnitzeljäger, glaube ich, habe ich gehört. Schön, dass ihr da seid in den Radio Essen Nachrichten. Ich bin Tobi Stein, bin derjenige, der euch in der Regel morgens immer so zwischen 6 und 10 mit den aktuellen Nachrichten versorgt und der auch dazu beiträgt, dass die Seite hier um mich herum auf radioessen.de jetzt auch immer mit Nachrichten bestückt ist, die noch ein bisschen aufwendiger sind, als sie auf unserer alten Seite waren. Guckt euch das mal in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen an. Am besten einfach hier links oben auf die drei Striche, auf Lokalnachrichten klicken und dann ein Lesezeichen setzen. Dann müsst ihr nämlich nicht immer wieder erst euch durch vorwerken, bis ihr in den Nachrichten landet. Ihr seid aber ja gar nicht hier, um euch die Nachrichten gerade anzugucken, sondern ihr wollt ein Lösungswort von mir. Also Tettel, Stift, hoffentlich bereit. Zusammen ist das Wort, das ihr von mir kriegt. Zusammen, ganz wichtig. Und ihr kriegt auch den nächsten Hinweis von mir, wo es weitergeht, denn in den Nachrichten ist es auch immer wichtig, dass wir gucken, was ihr so für Themen für uns habt, was ihr für Fragen habt, um die wir uns dann kümmern können. Und das geht am einfachsten zum Beispiel über WhatsApp. Wenn ihr unterwegs seid beispielsweise, könnt ihr uns da schreiben, auch eine Sprachnachricht schicken. Und wie das alles funktioniert und wie die Nummer ist, findet ihr auf unserer radioessen.de WhatsApp-Seite. Da könnt ihr jetzt draufgehen, denn da wartet die Lerasse Schmitz auf euch. Viel Spaß!